Was meint ihr? Ich sehe doch hier oben extrem episch aus. Ihr könnt sagen was ihr wollt, aber ich gehöre definitiv auf eine Burg und dauernd möchte ich bei Kingsman dabei sein. Damit ihr euch ein genaues Bild von mir machen könnt, hier noch einige Infos zu meiner Person. Ich komme aus der wunderschönen Schweiz, daher auch mein einwandfreies Deutsch. Ich bin 27 Jahre alt und wenn ich neben der Arbeit und der Familie Zeit finde, dann wird der PC vor allem für Minecraft eingeschaltet. Seit dem März 2019 spiele ich außerdem auf HB und seit ich da begonnen habe zu spielen und einige coole Leute getroffen habe auf dem Server, spiele ich eigentlich zu 90 Prozent meiner Zeit, die ich in Minecraft verbringe, auf diesem Server. Irgendwann habe ich dann noch begonnen ein paar Videos zu machen, was mir auch wirklich mega Freude macht. Für das Projekt wäre ich eine Riesenbereicherung, denn man kann schon fast sagen, ich bin ein Minecraft Pro. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr mich im Projekt dabei haben wollt und danke euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um dieses Video zu schauen. Alle Szenen in diesem Video sind frei erfunden und gestellt. Bei den Dreharbeiten sind keine Tiere oder Menschen zu Schaden gekommen. Bis zum nächsten Mal. Berlin